Wenn ein Jubiläum der ganz besonderen Art ansteht, dann wird richtig groß gefeiert. Auf den Tag genau 125 Jahre, nachdem Karl Benz im Jahr 1886 sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb beim damaligen kaiserlichen Patentamt in Berlin einreichte, zelebriert die Daimler AG mit 1400 Gästen in einem Festakt den Geburtstag des Automobils. Wir sind natürlich froh und glücklich, die beiden Gründer der Automobilität zu unseren Gründern zählen zu können. Aber es ist natürlich viel mehr als das. Es ist der Beginn der Automobilbewegung der Menschen überhaupt und insofern wirklich ein geschichtsträchtiges Datum. Unter den geladenen Gästen aus aller Welt natürlich jene, die mit dem Automobil eine enge Verbindung haben, sowie der mehrfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Eine unterhaltsame Show, eine erfrischende Mischung aus Kulturunterhaltung und automobiler Innovation gibt dem bedeutsamen Ereignis einen würdigen Rahmen. Ich glaube, dass sie uns auch die Gene gegeben haben, dass wir immer wieder versucht haben, etwa eine bessere Lösung zu finden, die uns ausgeruht haben auf dem Erreichten und deshalb doch zum entscheidenden Motor der Innovation auf vielen Gebieten der Sicherheit, aber natürlich eben auch heute vor allem des emissionsfreien Pfaden geworden sind. Die Liebe zum Erfinden hört niemals auf. Dies ist ein Leitspruch von Karl Benz, dem legendären Erfinder. Auch Gottlieb Daimler hatte einen Motor konstruiert, eine ähnliche Erfindung gemacht. Doch Karl Benz war schneller, hatte diese Technik als erster patentieren lassen. Beide haben sich leider nie kennengelernt. Im Jahr 1926 entstand aus den Betrieben beider das Automobilunternehmen Daimler-Benz. Die heutige Daimler AG hat mehr im Visier, möchte mit einer globalen Aktion die Zukunft der Mobilität im Alltagsbetrieb unter Beweis stellen. Die erste B-Klasse-F-Zell-World-Tour. Ich glaube, wir können auf der ganzen Welt demonstrieren, dass die Brennstoffzelle als Antrieb für das Automobil marktreif ist, dass sie technologisch zur Verfügung steht, von uns entwickelt. Und wir wollen gleichzeitig auch darauf hinweisen, dass das komplementäre Element, was noch fehlt, die Infrastruktur jetzt aufgebaut werden muss, damit wir den Menschen auch die Möglichkeit geben, mit Brennstoffzellenfahrzeugen in der Zukunft sich zu bewegen. 125 Jahre Automobil haben der Menschheit den Traum vom Reisen, vom Überwinden großer Entfernungen erfüllt. Und mit modernster Technik ist Mobilität heute komfortabel und sicher geworden. Die Entwicklung wird weitergehen, neue alternative Technologien das Fahren effizienter gestalten. Und dabei bleibt sich der Premium-Hersteller dem Wahlspruch von Gott liebt Daimler treu Das Beste oder nichts.